Wohlstandsneurotika Es geht um Zensur, es ist waschechte Zensur, es geht um die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg in Person von einer gewissen Direktorin, Eva Flecken, Dr. Eva Flecken heißt die. Hier ist der Wohlstandsneurotika, der Wohlstandsneurotika, ich fange nochmal von vorne an. Hier ist der Wohlstandsneurotika, der Podcast der Neuland-Rebellen und heute sprechen wir über, ja, ich würde mal sagen, den Untergang der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, irgendwie sowas in dem Dreh. Wie siehst du denn das? Ich begrüße nämlich am anderen Ende des Mikros sozusagen Markus Fiedler von wikihausen.de und weiß der Henker, was du nicht sonst noch alles machst. Hallo Markus. Guten Abend Tom. Gute Nacht, ja. Ja genau, genau. Von Geschichten aus wikihausen, wikihausen.de. Vielen, vielen Dank für die Bewerbung. Genau, an der Stelle, entschuldige, ich muss jetzt ganz kurz dazwischen gehen. Ich habe nämlich eine Anweisung von meinem Chef, Roberto della Fuente. Der hat gesagt, ich soll immer mal auch im Podcast darauf hinweisen, dass man uns spenden kann und die Spendeninformationen auch in der Beschreibung zu finden sind. Das habe ich jetzt getan. Also liebe Leute, wenn ihr spenden wollt, Spendeninformationen sind in der Beschreibung zu finden. Das waren jetzt die beiden Werbeblöcke und jetzt sprechen wir über, ich weiß gar nicht, wollen wir erstmal über Musik sprechen vielleicht? Naja, ich habe ja gerade dir was erzählt und zwar gibt es ja jetzt diesen Oliver... Ja, ich wollte das jetzt so tun, als ob. Naja, egal. Oliver Anthony oder Olivier wäre ja französisch. Oliver Anthony und Richmond North of Richmond ist sein Song und das Ding geht in den USA viral. Ich habe gerade auf YouTube geschaut, da hat er über 35 Millionen Aufrufe für seinen Song gehabt und ich lese hier einen Artikel über den und da steht, Überschrift, keine Kekse für die Arbeitslosen. Vom 22. August 2023. Der bislang unbekannte Sänger Oliver Anthony steht mit Richmond North of Richmond auf Platz 1 der US-Charts. Grund eine sehr laute Botschaft und Zuspruch von Ultrarechten von Jakob Biazza. Ja, 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 Ultrarechte ist es. Ich weiß gar nicht. Also was kann man eigentlich machen, ohne den Vorwurf sich gefallen lassen zu müssen, dass man jetzt wieder Zuspruch von Ultrarechten bekommt? Ich weiß nicht, wie ist es denn, wenn ich Blumen pflücke oder Pilze sammle oder so? Kriege ich dann auch irgendwie Zuspruch von Ultrarechten? Das hängt davon ab, ob du Blumen pflücken für die Regierenden oder gegen die Regierenden machst. Wenn du es für die Regierenden machst, bist du Widerstandskämpfer. Wenn du es gegen die Regierenden machst, bist du rechts, Ultrarechts oder... Gefallener Engel, würde ich sagen. Ja, gefallener Engel. Ich kann mich da nicht so ganz genau dran erinnern. Ja, es sind diabolische Zeiten, in denen wir leben, das kann man nicht anders sagen. Also ich meine, das ist jetzt, um auf den Sänger zurückzukommen, das ist ein sehr trauriges Lied, geht in Richtung Pink, Dear Mr. President, beschreibt die absolut desolate Situation der üblichen arbeitenden Bevölkerung in den USA. Ja, und also diese Trostlosigkeit, diese Aussichtslosigkeit für seine harte Arbeit, auch nur ein wenig Lohn zu bekommen und dann mit einem... Also er benutzt ja harsche Begriffe in dem Song, ich kann es jetzt gar nicht wiedergeben, weil ich den noch nicht auswendig kenne, aber das ist eine sehr deutliche Sprache, die er benutzt. Ich hab den auch schon gehört, also der geht wirklich rein. Ja, genau, es ist ein mitreißender Liedermacher-Song und auch mit dieser typischen Resonator-Gitarre da vorgetragen, also das ganze Ding ist in sich authentisch und beschreibt halt diese Aussichtslosigkeit der Arbeitslosen. Offensichtlich fühlen sich viele, viele US-Amerikaner davon berührt und klicken diesen Song wie wild, weil das ihr Lebensgefühl widerspiegelt. Ja, klar. Und genau, das zeigt einen Zerfall dieser Gesellschaft in den USA und damit das jetzt bloß nicht noch mehr Leute anhören, sagt man Unzuspruch von Urteilrechten, spielt nicht mit den Schmuddelkindern. Ja, wobei du sagst USA, also ich meine, das ist ja hier auch nicht anders. Die Methoden sind die gleichen. Genau, die Methoden sind die gleichen und ich finde, also es ist wirklich, für mein Empfinden ist es auch einfach, es ist schäbig, weißt du, es ist würdelos. Weil, also ich meine, da kommt ein junger Mann mit einer Gitarre um die Ecke und macht ein Lied, das wahrscheinlich Millionen von Leuten, die einfach betroffen sind von einer vergleichbaren Situation, total unter die Haut geht. Und nicht mal dieses kleine bisschen Solidarität, Mitgefühl, Gänsehaut, wie auch immer man das bezeichnen möchte, nicht mal dieses kleine Gefühl soll ihnen gelassen werden, weil sie dann gleich in die rechtsextreme Ecke gestellt werden irgendwie. Also, deswegen auch gefallene Engel, ne? Also, ich meine, wo geht das hin, Markus? Also, ich finde wirklich, wir sind an einem Punkt, heute hat mich mein Hausarzt rausgeschmissen, ohne Scheiß. Wieso das denn? Ja, weil er... Weil du jetzt was Rechtes gesagt hast, du hast gesagt... Nee, ja, im Prinzip schon, ja, ja, ja. Ich will rechtsdrehende Aminosäuren oder was... Ich war bei ihm wegen eines Rezepts und hab dann irgendwie mit ihm ein bisschen geschnackt und so und irgendwann hat er dann so einen Hitler-Putin-Vergleich halt gebracht. Und ich hab dann zu ihm gesagt, also wir duzen uns auch, ich weiß nicht, ob er mich jetzt noch duzen oder duzen würde, wir duzen und ich hab gesagt, ey, Alter, du vergleichst doch jetzt aber nicht Putin mit Hitler, ne? Und dann ging das los, Markus. Zehn Minuten lang, ich hab da gesessen, ich hab immer nur gedacht, ey, das kannst, was redest du denn da? Also, ich hab dann auch gefragt, das kann doch nicht sein, das ist doch alles nur Tagesschau, ZDF, Heute-Journal und Spiegel, was du mir hier erzählst. Ja, das sind meine Informationsquellen. Ich sag, ja, Alter. Also, der hat mich rausgeschmissen zum Schluss, ne? Weil ich hab natürlich dagegen gehalten und hab dann von 14.000 Toten in der Ostukraine durch Kiew berichtet und so, wusste er alles gar nicht. Und, äh, dass das auch offizielle UNO-Zahlen sind, ja, äh, dann, äh, die UNO liegt ja auch nicht immer so richtig irgendwie. Also, äh, ich, also wirklich, wir sind, wir sind dann, äh, beide schimpfend aus seinem Behandlungszimmer rausgegangen und haben also wirklich dann da die halbe Praxis noch irgendwie, äh, zusammengeschimpft. Und ich bin dann türknallend rausgegangen und hab mir gesagt, ja, okay, das war's, ne? Und ich hab mich wirklich gut verstanden mit dem Typen. Ja, aber das ist doch, ist doch, ist doch schlimm eigentlich. Also, das, was hier läuft, ist ja in jeglicher Form eine, äh, Spaltung der Gesellschaft. Ja. Du merkst ja an den Begrifflichkeiten, die verwendet werden, dass derjenige diese Begriffe nicht selbst gedacht hat, sondern dass die halt, äh, vorgegeben wurden aus verschiedenen Medien. Ja, natürlich. Die Verdächtigen, also Faktenchecker und, äh, Amadeo-Antonio-Stiftung und, äh, wie sie alle heißen, ja. Also, das heißt, die das Wording vorgeben, dann kommt noch diese, um es zu nennen, das Kompakt-Netzwerk hinzu mit Michael Butter und Pia Lamberti und Co. Das heißt, es ist, glaube ich, CEMAS oder so und die haben sich dann jetzt neu organisiert in einer anderen Geschichte. Also, die geben, äh, den Diskurs vor und formen die Sprache, damit die, und die Sprache ist zufälligerweise, äh, den Regierenden zu Passe kommend. Ja, aber weißt du, Markus, was mich so, ähm, was mich so, ähm, ähm, also erstmal war das ja nicht jetzt in irgendeiner Social-Media-Blase, sondern das war ja analoger, analoger geht's ja gar nicht. Du besuchst irgendwie dein Haus aus, den du schon lange kennst. Und ich meine, der Typ ist, ähm, ist, 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 ist ja nicht dumm oder so. Und ich hab dann wirklich hinterher überlegt, ähm, der, der, der dilettantische Umgang mit Informationen, der ist gar nicht so sehr das, was Dummheit ausmacht, sondern die Weigerung, den Dilettantismus zu erkennen oder zumindest zu akzeptieren, ihn als Möglichkeit zu akzeptieren. Verstehst du, was ich meine? Weil er ist ja, er ist ja, er ist ja, er ist ja hundertprozentig, der hat mir wirklich vorgeworfen, irgendwie, ich sei derjenige, der sich falsch informiere und, 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 äh, Unsinn und, und Fake News und weiß ja Henker was nicht alles. Weißt du, ich kam mir ein bisschen vor wie Scholler Tour in einer NDR Talkshow, wo er da mit irgendwelchen Vollidioten, wie, wie Cem Özdemir irgendwie über Syrien sprechen muss oder so. Oh, ohne mich jetzt mit Scholler Tour vergleichen zu wollen, aber ich, nein, ja, hab ich gemacht, ne, ja, stimmt, okay, äh, möchte ich relativieren. Aber, äh, so dieses Gefühl, ich hab schon einige Auftritte von ihm erlebt, wo er dann irgendwie, ähm, logischerweise, als er noch lebte, wo er dann irgendwann sagte, also, an dem Punkt können wir jetzt echt nicht mehr weitermachen, das wird mir echt zu blöd hier, ne, und, ähm, so ging mir das mit diesem Hausarzt, weil ich dachte so, ey, ich kann doch, auf der Ebene kann ich doch nicht diskutieren, das ist ja so dermaßen uninformiert und dumm und, und manipuliert, äh, da ist ja gar nichts zu machen, ich höre auf an der Stelle, es macht keinen Sinn. Hm, und, ja, ja, aber wie du sagst, das ist Teil der Spaltung, ja, und dann kommt da so ein Liedermacher irgendwie und macht ein Lied, das wirklich, äh, Millionen von Leuten direkt ins Herz trifft und dann wird er gleich irgendwie rechts geframed, also, es ist, ich weiß nicht, also, äh, das Ganze ist am Arsch hier im Prinzip, also. Also, naja, darauf wird ja hingearbeitet, also, äh, eine Bevölkerung, die sich so spalten, oder die so gespalten ist, dass sie sich spalten lässt, ist ja, steht ja außer Frage, also, eine Bevölkerung, die so gespalten ist, dass sie nicht mehr in, äh, gesitteten Diskurs miteinander gehen kann, ist sehr, sehr leicht zu regieren, ja, und das, äh, oder, oder, früher hätte man das militärisch vielleicht ausgedrückt, wenn du, äh, in ein Land einfallen willst, bist du, ähm, sehr gut beraten, wenn du dir eins aussuchst, wo da ganz viele einzelne Stämme sind, die sich auch noch nebenbei gegenseitig bekriegen, ne, also, dann hast du ja ein ganz einfaches Spiel. Ja, klar, Störfeuer, ne, was die, was die USA ja schon seit Jahrzehnten machen im Prinzip, ja. Genau, also, wir haben jetzt ja gerade einen neuen Star am, am Himmel, wie, wie heißt er, dieser, ähm, äh, Psychologe, der sich auch mit, äh, Information Warfare beschäftigt. Ah, Jonas Tügel. Genau, Jonas Tügel. Ja, den hatte ich auch mal im Interview. Sehr angenehmer Mensch. Ein vorragender Mann, ich glaube, der macht dem Daniele Ganser so langsam Konkurrent, oder so, äh, äh, die sehen auch so vom, vom Habitus-Ehen, ähnlich aus. Ähm, auf jeden Fall, äh, also, alleine, dass jetzt die NATO ein neues Kriegsfeld aufmacht, diesen Information Warfare, und, äh, diese, ähm, Inokulation nannte er das, glaube ich, also die, ähm, die Manipulation der Gedankengänge der Rezipienten durch ganz geschickte psychologische Techniken, die sie jetzt ja schon seit über 100 Jahren erforscht haben, äh, und ich referiere mal auf dieses SWR-Interview, was er ja gegeben hat. Ich war ganz erstaunt, dass der SWR, ähm, so viel, ähm, Inhalte zulässt. Okay, das habe ich gerade nicht gehört. Interessant. Ja, es gibt, es gibt ein langes SWR-Interview, ungefähr 30 Minuten, und, äh, da hat er das ja auch angesprochen, und der SWR-Moderator war erst total, äh, also, hat dann gesagt, ja, was ist, also, eine steile These, und, äh, dann haben die sich dann in der Pause noch ganz kurz unterhalten, gesagt, nee, nix, steile These, lies mal hier nach, ne, und hat er, hat ihnen dann die Seiten im Internet gezeigt, und man merkte dann, das ist alles nicht bekannt bei den Moderatoren, also, ich glaube, um das kurz runterzubrechen, wir müssen inzwischen lernen, mit, ähm, mit Menschen zu sprechen, die nicht so weit sind. Also, das, das Ganze ist ja wie so ein Spiralkurrikulum in der Schule, ja, das heißt, du fängst mit einfachen Sachen an und, äh, endest dann bei ganz schwierigen Sachen. Ich kann nicht mit, mit einer, äh, Vorschülerin oder mit einem Vorschüler, ähm, über Molekulargenetik sprechen, das funktioniert nicht, das, das kriegen die nicht hin, aber ich kann mit denen halt über Eichhörnchen sprechen, ja, so ein bisschen was erklären, so, und, das heißt, äh, das dazu, und ich ziehe mich auch dazu, ich bin sehr ungeduldig, man braucht sehr viel Geduld bei, bei so etwas, das heißt, wir müssen langsam dahin kommen, dass diese Menschen, äh, äh, mit dem Spiralkurrikulum nachkommen, was sie bisher versäumt haben, ja, und so langsam so in, in die Richtung kommen, damit wir mit denen überhaupt ins Gespräch kommen können. Und, ja, ja, und, und solange das nicht, und es ist dann halt auch schade, also, ich habe ja auch viele Bekannte, äh, viele Freunde verloren, äh, während dieser letzten drei Jahre, äh, die ja sehr hart waren für viele, und ich bin insgesamt darüber gar nicht so traurig, weil das auch vielleicht dazu führt, dass man, äh, die Zeit ein bisschen sparsamer einsetzen kann, also, man trifft sich dann mit Leuten, mit denen, mit denen sich das wirklich lohnt, ne, und, also, die Lebensentwicklung hat dann doch schon eine positive Wendung genommen, muss man einfach sagen, in der Zeit. Ja. Das ist ja so ein, so ein natürlicher Selektionsprozess, der dann stattfindet im Bekanntenkreis. Naja, ich würde eher sagen, unnatürlicher Selektionsprozess, aber ein Selektionsprozess, ja. Ja, es ist wie ein Katalysator, also, du siehst... Naja, er ist ja konstruiert im Prinzip, also, er ist ja tatsächlich konstruiert, also, es ist ja, äh, das gehört ja, ja, das ist ja auch Cognitive Warfare, also, das ist, äh, das ist Nudging in, in Militärisch, wenn du so willst, irgendwie, also... Ja, aber, aber, also, der, der Bekanntenkreis, der dünnt sich dann aus. Ja. Und man kann sich auf die konzentrieren, mit denen es sich wirklich lohnt, äh, längere Gespräche zu führen. Ich meine, das mit dir, das klappt ja wunderbar, wir beide ticken ja ungefähr auf derselben Wellenlänge, ne, und stell dir vor, ich hätte jetzt, ich müsste dir alles erklären von dem, was ich gerade erzählt habe. Naja, da fällt mir, da fällt mir tatsächlich ein, weil, das, der, also, der Vergleich hinkt jetzt, oder, ja, doch, der hinkt ein bisschen, weil wir in vielen Bereichen tatsächlich, ja, wie du schon sagst, sehr ähnlich ticken. Ich finde eigentlich viel schöner den Vergleich mit dir und Dirk Pohlmann. Und zwar, wenn es um diese ganze Klimathematik geht. Denn da macht ihr ja etwas, das tatsächlich gesellschaftlich, faktisch, eigentlich, und das habe ich heute mit dem Arzt ja erlebt, nicht mehr stattfindet. Also, als ich ihn gefragt habe, ob er wirklich Putin mit Hitler vergleichen will, war die Diskussion beendet. Und, ähm, wenn du dich mit Dirk irgendwie streitest über irgendwelche Klimageschichten, da seid ihr ja durchaus, äh, unterschiedlich in vielen Bereichen aufgestellt, dann zeigt mir das, okay, also, Diskurs ist ja möglich. Es geht ja grundsätzlich. Da können wir ja Werbung machen. Wir treffen uns ja auf Initiation der, auf Initiierung der Nachdenkseiten in Berlin, und zwar am Freitag. Und, äh, wollen dann da, äh, in einem öffentlichen, ist das Streitgespräch wahrscheinlich eher weniger, in einem öffentlichen Streitvortrag, könnte man sagen, mit nachfolgendem Gespräch, glaube ich, so ist es organisiert. Ach. Wollen wir dem Publikum die Möglichkeit eröffnen, dass sie sich von den beiden Varianten, die dann präsentiert werden, halt, die für sie plausibel herausruhen können. Ach, das ist ja sehr schön. Übrigens, wir rechnen auf am 22.8., das ist also dann für die Hörer, die es noch rechtzeitig hören und Lust haben hinzufahren, also am 25.8., am Freitag in Berlin. Genau, am Abend um ungefähr 18.30 Uhr. Wo ist denn das? Also, eigentlich braucht man nur auf den Nachdenkseiten nachzugucken, weil da wird es nämlich schon beworben. Okay, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich bin auch Freitag bei den Nachdenkseiten, aber in der Pfalz, also von daher werden wir uns da leider nicht über den Weg laufen. Schade. Ja, also, mit Dirk ist das aber ein Diskurs auf Augenhöhe. Ja. Und es war am Anfang anstrengend, also auch für mich und auch schmerzhaft, weil Dirk ist ein, sagen wir mal, gehört zu den Kontakten, die ich habe, die ich auf gar keinen Fall verlieren möchte, weil es eine sehr wertvolle Beziehung ist, aber die, also es ist schon so, dass, also wir haben viele, viele Quellen, die identisch sind, aber wir bewerten die gänzlich anders in der Vertrauenswürdigkeit. Ja, aber das ist doch wunderbar. Genau, das ist eine gute Ausgangsposition, wenn du allerdings natürlich jetzt, als auf der einen Seite bist du vielleicht nur Leser von den alten Medien und die andere Seite liest aber nur neue Medien und dann halt Medien, die sich quasi geopolitisch spezialisiert haben. Wenn wir zum Beispiel sind, apolut.net oder nach den Seiten machen ja auch da viel oder multipolar, also wo es dann wirklich in die Tiefe geht, in die Analyse, dann wird es schwierig. Ja, dann kommst du dir genauso vor, wie du gesagt hast, du bist im Spiralkurriculum viel weiter und redest aber bildungsmäßig mit jemandem aus dem Vorschulalter. Ja, man muss es so sehen, also es klingt jetzt vielleicht, vielleicht werden die Hörer das teilweise als elitär oder arrogant oder herablassend, aber ich kann es nicht ändern, es ist ja nun mal so. Und weißt du, ich bin der Meinung oder ich bin jemand, der sagt, es gibt immer Leute, die besser informiert sind als ich, die klüger sind, die mehr Informationen gesammelt haben oder die besser recherchiert haben oder was auch immer. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass ich speziell im Thema Ukraine recht gut drin bin. Ich habe da auch mit vielen Leuten gesprochen, ich habe mit Dirk gesprochen, ich habe mit dem Marc Baltheimer gesprochen, der ja zwei Dokumentationen in der Ukraine gemacht hat. Ich habe mit ganz unterschiedlichen Journalisten gesprochen, mit Hauke Ritz, mit Patrick Barb und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich behaupte, ich bin ganz gut drin in dem Thema. So gut, dass ich da relativ selbstbewusst sein kann. Und wenn ich dann die Floskeln von diesem Doc höre, dann kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln und kann sagen, okay, also hier ist ja keine Basis. Das ist ja keine Basis, wie du mit Dirk hast, so nach dem Motto, okay, wir tauschen uns jetzt auf Augenhöhe aus und wir streiten uns auch und wir kriegen uns auch in die Haare, können aber nachher noch ein Bier trinken, so ungefähr. Das ist ja eigentlich so das Optimum. Und jeder geht irgendwie ein bisschen besser aus dem Gespräch raus, als er reingekommen ist. Das ist ja das Ideale. Und wenn solche Konstellationen wie die heute dann plötzlich auftauchen, dann geht all das nicht. Das funktioniert einfach nicht. Wie du schon gesagt hast, das sind völlig unterschiedliche Ausgangslagen, es sind völlig unterschiedliche Wissensstände, auch völlig unterschiedliche Quellen. Ich meine, er hat mir ja gesagt, dass er sich nur über den Mainstream informiert. Ich habe dann später zu meiner Frau gesagt, ja, das ist sinnbildlich für den großen Teil dieser Gesellschaft, in der wir leben. Sie informieren sich über die Mainstream-Medien und glauben tatsächlich, dass das alles stimmt, was sie da sagen. Aber eigentlich wollten wir ja über dich sprechen, Markus. Naja, eigentlich geht es gar nicht um mich so sehr, sondern um mich und viele, viele andere Leute. Wobei ich glaube, die anderen in der Überzahl sind. Ganz konkret, ganz kurz zusammengefasst, worum geht es? Es geht um Zensur. Es geht um Zensur. Es ist waschechte Zensur. Es geht um die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg und in Person von einer gewissen Direktorin, Eva Flecken. Dr. Eva Flecken heißt die. Die ist da Führungspersonal in der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg und die hat mit Straf Androhung Artikel auf Apollot zensiert. Also klarer Fall, wenn sie das jetzt nicht runternehmen, dann kostet das richtig Geld. Aber auch schon, dass sie das analysieren musste, kostete Geld. Das kostete, man könnte sagen, das kostete Strafe, nämlich 4000 Euro, aber das heißt dann im Orwellschen Neusprech Verwaltungsgebühr. Okay, also gut, führe mich jetzt nochmal als Laie sozusagen, der ich mich jetzt so gar nicht auskenne. Du publizierst also einen Artikel über, was war der letzte, den du da publiziert hattest? Genau, also es gerügt wurden seltsamerweise nur zwei Themen. Es betrifft immer die Themen Covid-19 und angrenzende Themen, zum Beispiel Impfung, sogenannte Impfung zu Covid-19. Und dann gibt es das Thema Geopolitik, nämlich Ukraine. Das sind die Artikel, die beanstandet wurden, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Es waren zwei Artikel von mir und drei Artikel von anderen Autoren. Und meine beiden Artikel drehten sich beide um Covid-19. Die sind irgendwann mal im letzten Jahr bei Apollot zweit veröffentlicht worden. Die wurden zuerst auf dem demokratischen Widerstand veröffentlicht. Dann ist das Problem, demokratischer Widerstand ist eine Printzeitung. Da kann man, ich habe ja so ein enges Buchstabenkorsett von glaube ich 4000 Buchstaben war das ungefähr. Und dann konnte ich keine Fußnoten unterbringen. Und ich bringe das so gerne Fußnoten unter. Ich möchte beweisen, das was ich da sage. Und dann haben wir das bei Apollot dann nochmal veröffentlichen lassen mit Fußnoten. Und gut, und just jetzt diese Artikel mit Fußnoten sind beanstandet worden. Und das entbehrt sowohl inhaltlich, nicht einer gewissen Komik, als auch, sagen wir mal, auf der rechtlichen Ebene finde ich es gar nicht komisch. Also es geht um, ganz klar um den Artikel 5, freie Meinungsäußerung und der wird hier aufs Gröbste verletzt. Es ist einfach eindeutig verfassungswidrig, was die machen. Es gibt ein wunderbares Zitat, wenn ich das mal mitbringen darf, das habe ich ja auch schon geschrieben. Also ich habe einen langen Artikel darüber geschrieben, über diese Posse. Der Artikel heißt, die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg 1984 und Apollot von Markus Fiedler. Und das Ganze kann man lesen auf Apollot. Werden wir verlinken in der Beschreibung auf jeden Fall. Genau, kann man aber finden. Also eigentlich muss man nur Landesmedienanstalt irgendwie und Markus Fiedler eingeben. Ja, ich bin aber, ich bin so zugewandt unseren Lesern und Hörern. Ich will da bestmöglichen Service bieten. Genau. Okay, also. Jetzt habe ich also einen langen Artikel drüber geschrieben. Und das große Problem ist halt, dass ich der Frau Eva Flecken vorwerfe, dass sie mit, also entweder kennt sie das Grundgesetz nicht gut oder auch die entsprechenden einschlägigen Grundsatzurteile des Verfassungsgerichts. Oder aber sie verstößt dagegen voll wissentlich. Okay, Eva Flecken ist also da quasi die Chefin. Die Direktorin, MABB-Direktorin. Genau, die ist die Direktorin, ist eine Doktorin oder ein Doktor, könnte man auch sagen, konservativ. Und jetzt aber, was ist denn genau? Also ich meine, es muss ja auch inhaltlich irgendwas ausschlaggebend gewesen sein. Falschinformationen, wissenschaftliche, unsaubere Arbeit, was auch immer war. Was war es denn, was dir vorgeworfen wurde? Genau, und zwar, der Vorwurf ist der Verdacht auf nicht ausreichende Recherche und der Verdacht auf nicht ausreichende Wahrheitsprüfung. Der Verdacht. Das ist wirklich, naja genau, was heißt der, also ich sage, es ist der Verdacht, weil sie immer schreibt, das ist wohl nicht erfolgt. Ja, darauf wollte ich hinaus, darauf wollte ich hinaus, das habe ich ja gelesen. Also die Recherche oder wie auch immer, sei wohl nicht in dem gewissenhaften Ausmaß erfolgt, wie sich Frau Dr. Fleck das vorgestellt hätte, so ungefähr. Genau, es geht um Wahrheitsprüfung. Nomen est omen, es geht also, das Wort Wahrheit fällt in dem Antwortschreiben der MABB an Apollut mehrfach und da gehen bei mir sämtliche Alarmglocken an, dann bin ich sofort bei 1984 und im Wahrheitsministerium. Und exakt das ist das, was wir bei der MABB sehen. Sie wird sich natürlich als Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg darstellen, aber ich sage, das ist Orwischer Neusprech. Das, was in Wirklichkeit dahinter steckt, ist ein waschechtes Wahrheitsministerium. Sie wollen diktieren, was die Wahrheit ist. Und das Ganze unter dem Vorwand von einer Art Qualitätssicherung. Und ich kann ja mal ein Beispiel geben, was dann die nette Dame da gesagt hat. Ich habe ja eins, weil es einfach so grotesk war, habe ich einfach mit reingenommen und Zitat, Frau Dr. Eva Flecken, sie schreibt, Es sind ein paar Rechtschreibfehler drin, deswegen habe ich noch ein SIC dahinter gepackt mit Ausrufezeichen. Und die Rechtschreibfehler, deswegen habe ich die genauso übernommen, wie sie da stehen. Ich wüsste jetzt nicht, dass die anerkannten journalistischen Grundsätze, dass da schon ein feststehender Begriff wäre. Ich würde jetzt journalistisch klein schreiben, aber sie hat es groß geschrieben. Na gut, also es ist, genau. Heiliger Bim Bam. So, okay, und da sehen wir schon, in welche Richtung das geht. Und jetzt bin ich ja nicht irgendein Journalist, der sich dazu äußert, sondern ich bin Biologe. Und ich bin ein Biologe, der das als Hauptfach gehabt hat. Also ich habe mit Hauptfächern Mikrobiologie und Genetik gehabt. Okay, so, das heißt also, und jetzt sagt sie, ich muss das prüfen. Nein, Frau Flecken, ich muss das nicht prüfen. Das habe ich irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so gelernt. Da war ich im Studium und dann seitdem ist mir das klar, was eine Genmanipulation ist und was nicht. Weil ich habe das auch gemacht. Naja, abgesehen davon. Und jetzt muss ich jetzt aber keine langen biologischen Abhandlungen hier bringen, sondern es reicht einfach vollkommen aus, dass man sich zum Beispiel das Gentechnikgesetz anguckt. Das ist ja jetzt ein Bereich, der nicht in meinen Bereich fällt, nur mittelbar. Vielleicht als Betroffener, wenn ich jetzt in irgendeinem Labor arbeiten würde, sondern es fällt ja in den Bereich von der E-Frei-Flecken. Weil es geht ja hier um Rechtsgrundlage. Ja, so und ja, das ist jetzt, also ich empfehle jedem das Gentechnikgesetz, den Paragrafen 3 durchzulesen, denn darin ist nämlich definiert, was eine Genmanipulation ist und was Methoden der Genmanipulation sind. Und ich mache es kurz, das kann man jetzt auch in einem Artikel nachlesen, auch in längerer Form sogar den Fußnoten. In den Fußnoten steht, habe ich es ganz klar geschrieben, das was im Gentechnikgesetz gesagt wird, was eine Genmanipulation ist, trifft exakt auf die Methoden zu, die durch diese Impfstoffe vertreten werden. Und es ist eigentlich vollkommen egal, ob ich jetzt einen sogenannten Vektorimpfstoff nehme, wie damals AstraZeneca, also einen DNA-Vektorimpfstoff oder ob ich einen mRNA-Impfstoff nehme, also einfach nur RNA. Das, was in dem Paragrafen 3 beschrieben ist vom Gentechnikgesetz, betrifft in verschiedenen Absätzen sowohl das AstraZeneca-Produkt als auch das BioNTech-Pfizer-Produkt mit den mRNA-Impfstoffen oder das Moderna-Produkt ist eigentlich wurscht. Das heißt also, es ist nach Gesetzesvorgabe eine Genmanipulation. Das Interessante ist jetzt, dass es von diesem Gentechnikgesetz übrigens zwei verschiedene Versionen gibt, das ist sehr interessant übrigens, das würde dich auch interessieren. Ich kann dir mal nämlich sagen, wie das früher hieß, und zwar die Ursprungsfassung ist, Paragraf 3, Absatz 3, gentechnisch veränderte Organismus. Ein Organismus, dessen genetisches Material mit einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombinationen nicht vorkommt und so weiter. Das war die alte Fassung. In der neuen Fassung steht drin, ein Organismus mit Ausnahme des Menschen, dessen genetisches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombinationen nicht vorkommt. Weil das Gentechnikgesetz ist ja ein Sicherheitsgesetz. Es geht darum, du erzeugst gentechnisch veränderte Organismen und wie muss ich damit jetzt umgehen? Also wie darf ich die in den Verkehr bringen oder auch nicht? Das ist ja die Frage. Und jetzt kommt hier unter dem Absatz 3a, Verfahren der Veränderung gentechnischer Materialien. In diesem Sinne sind insbesondere A, Nukleinsäure-Rekombinationstechniken, bei denen durch die Einbringung von Nukleinsäure-Molekülen, die außerhalb eines Organismus erzeugt wurden, in Viren, Viroide, Bakterielle, Plasmide oder anderen Vektorsystemen, neuere Kombinationen von genetischem Material gebildet werden und diese in einen Wirtsorganismus eingebracht werden. Und das ist jetzt ganz interessant, hier steht nicht, dass das Material in den Zellkern muss. Es reicht vollkommen aus, wenn ich Nukleinsäure-Moleküle in die Zelle einbringe. Ja, aber jetzt grätsch ich dazwischen. Entschuldige, jetzt hast du die biologische Brille oder die Biologenbrille auf. Das kann ich verstehen, das geht jedem so, der in einem Fachgebiet besonders gut ist. Ich möchte aber ungern, ich möchte das jetzt ungern vertiefen, weil die meisten unserer Zuhörer sind in diesem Thema nicht zu Hause naheliegenderweise. Und mir geht es tatsächlich... Ja, wir können sofort auf Frau Flecken zurückkommen. Das heißt, Frau Flecken ruft 4000 Euro auf für die Bearbeitung dieses Sachverhalts, ist aber wahrscheinlich genau wie die meisten Zuschauer überhaupt nicht in der Lage, das überhaupt zu durchdringen, was da überhaupt los ist. Das heißt also, sie wirft mir vor, dass ich nicht überlegt hätte, als ich geschrieben habe, das ist eine Genmanipulationstechnik, dieser Impfstoff. In Wirklichkeit ist es so, dass sie gar nicht nachgeguckt hat, worum es da geht. Das heißt, sie hat keine Ahnung von Tuten und Blasen. Also man könnte sagen, sie zelebriert hier öffentlich ihre Unwissenheit und lässt das auch noch den Adressaten nämlich absolut 4000 Euro kosten. Ja, und das ist der eigentliche Punkt. Das ist der eigentliche Punkt. Ich meine, wie kommt sie überhaupt darauf? Also ich meine, also für die Hörer einfach mal, wir sprechen hier von Meinungsfreiheit und wir sprechen hier von Pressefreiheit. Und du hast auf Apolloot einen Artikel veröffentlicht, beziehungsweise zwei, sprechen wir jetzt von einem oder zwei. Und ich weiß, wie du arbeitest und ich weiß, dass die Fußnoten in der Regel fast so lang sind, wie die Artikel selbst. Bei kürzeren Artikeln kann es sogar mal vorkommen, dass noch mehr Fußnoten als eigentlich Artikel da ist. Also dementsprechend belegst du alles, was du schreibst und worauf du dich beziehst, ganz konkret, sodass man es anklicken kann oder rausschreiben oder nachschlagen oder wie auch immer. Und dann kommt also eine Eva Flecken daher von der Medienanstalt Brandenburg und sagt zu Apolloot, Und ja, ich glaube, sollten die das nicht dann auch noch runternehmen zusätzlich? War das nicht der nächste Schritt? Jetzt kommt das ja. Wenn du ein professionelles Medium bist, als das Apolloot von der Landesmedieneinstalt eingeschätzt wird, dann musst du das runternehmen. Selbstverständlich habe ich als Autor natürlich die Meinungsfreiheit, so etwas zu äußern. Aber nicht auf einem professionellen Medium wie Apolloot. Verstehst du das Ding? Also ich darf als Autor meine freie Meinung noch in meinen Tagebüchlein schreiben. Ich habe das jetzt auf meiner eigenen Homepage veröffentlicht, auf der ich sonst nie größere Anzahl von Artikel veröffentliche. Da stehen, glaube ich, fünf Artikel drauf insgesamt. Das kann man jetzt nicht als professionell, sondern auch nicht regelmäßig bezeichnen. Das ist mehr so sporadisch. Da funktioniert das ja. Da kann ich sowas veröffentlichen. Aber in dem Moment, wo das auf so ein Medium wie Apolloot kommt, dann muss dann eine besondere Sorgfaltspflicht erfolgen. Also das in Anbetracht dessen, was unsere Mainstream-Medien uns seit drei Jahren anbieten, von einer besonderen Sorgfalt zu sprechen, da fällt mir wirklich gar nichts mehr ein. Gar nichts. Ja komm, also wir können doch diesen Orwell-Schein-Neusprech auflösen. Also es geht in Wirklichkeit nicht um eine besondere Sorgfalt. Es geht darum, dass ein bestimmtes Narrativ durchgedrückt werden soll. Und das ist immer das Narrativ der Regierung. Und das kann man auch nachweisen, weil die Eva Flecken sagt, ja, sie hätten ja mal da nachlesen können. Und was dann da kommt, ist, da weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also sie schlägt allen Ernstes vor, dass ich mir doch mal Faktenchecker-Portale wie Korrektiv angucken soll. Ich weiß, du lachst jetzt, ich lache auch. Da bleibt das Lachen aber schon fast im Hals stecken. Man denkt, auf welchem Niveau reden wir hier? Und du bist auch selber bei den Nachdenkseiten. Und ich weiß, dass auf den Nachdenkseiten eine Menge an Artikeln zu Korrektiv veröffentlicht wurde, die also im Detail Korrektiv nachweisen, dass Korrektiv alles andere ist als ein sogenannter Faktenchecker, sondern es ist ein Propagandaportal. Ja, selbstverständlich. Es wird ein Narrativ durchgedrückt, was immer der Regierung zu Passe kommt. Und immer, würde ich jetzt als Wissenschaftler vielleicht sagen, sagen wir mal 97 Prozent. Und dann vielleicht noch drei Prozent mal nicht. Aber ansonsten kommt es den sehr, sehr, sehr häufig zu Passe. Und dass also dieses Narrativ immer in eine Richtung ausschlägt, kann ja dann am Ende kein Zufall mehr sein. Ja, Markus, das ist im Grunde genommen, mir fällt da tatsächlich der Vergleich zu den neu geschriebenen ukrainischen Geschichtsbüchern ein. Also die gewissermaßen postulieren, dass die Ukraine die Deutschen eigentlich vom Nationalsozialismus befreit hat. Also es gibt tatsächlich Dokumente, die das behaupten. Und ja, also das wäre wirklich das Gleiche, als wenn du jetzt zu einem Schüler sagst, wenn er sich über den Nationalsozialismus informieren möchte, dann soll er bitte schön ukrainische Geschichtsbücher lesen. Also das ist ja Hanebüchen. Und das hat natürlich nicht nur nichts mehr mit Pressefreiheit und Meinungsfreiheit zu tun, sondern es ist natürlich auch, ja, Wahrheitsministerium, du hast es vorhin gesagt. Es ist natürlich, unterm Strich ist es die Förderung, Verbreitung, also eigentlich schon fast der versuchte Zwang, auf Medien zuzugreifen, die nachweislich Falschinformationen verbreiten. Das muss man so sehen. Na klar. Wichtig ist jetzt, also vieles, also eigentlich das Allermeiste, was in diesem Schreiben drinsteht, weist so eindeutig auf den Roman 1984 von George Orwell hin, dass man es nicht übersehen kann. Ja. Ja, also das ist so offensichtlich. Es geht also, also überhaupt den Begriff Wahrheit ins Gespräch zu bringen, ist schon so ein grober Unfug. Ja, weil die Wahrheit hängt immer von der persönlichen Sichtweise ab und ist höchst variabel, je nach Sichtweise auf eine bestimmte Sachlage. Ja. Und genau. Und was mir noch wichtig ist, also ermächtigt ist die Landesmedienanstalt worden durch eine Neufassung des Rundfunkstaatsvertrages. Und darin ist festgehalten, dass die Landesmedienanstalten jetzt für so eine Art Qualitätssicherung der alternativen Medien zuständig sind oder der neuen Medien im Internet. Und diese Medien müssen jetzt quasi diese Qualitätskontrolle durch die Landesmedienanstalten aller Länder erdulden, ja. Und ... Das ist das Ende der Pressefreiheit. Ja, das ist ja früher auch schon mal gelaufen. Die großen, das, was heute die Leitmedien sind, sollten ja früher auch an die Kandare genommen werden. Und es sollte eine Qualitätskontrolle geben. Und dann haben die Leitmedien gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen einen Presserat auf. Und das wäre jetzt mal, also es gab bereits einen Anlauf, das weiß ich, dass wir also einen sogenannten neuen Presserat aufmachen für die neuen Medien. Leider Gottes ist das im Sande verlaufen. Also ich empfehle dringend an alle großen Medienschaffenden, setzt euch zusammen, macht einen alternativen Presserat auf. Ja. Es muss, weil dann kann man das nämlich sagen, dann kann man sagen, okay Leute, Presserat und Gleichheit vor dem Gesetz, die anderen machen das genauso, ihr könnt euch mal schön an unseren Presserat wenden und dann kümmern die sich darum. Das ist zwar ein bisschen kostenaufwendig, aber man hat dann wenigstens eine einigermaßen Rechtssicherheit, dass sowas nicht Raum greifen kann. Ich möchte an der gleichen Stelle nochmal was erwähnen, und zwar nämlich den Gesetzgeber. Und zwar, jetzt wird es hammerhart für den Zuhörer, bitte hinsetzen, Ohren auf, konzentrieren. Jetzt kommt das eines der einschlägigsten Urteile überhaupt, das ist das sogenannte Lüturteil. Das ist in, ich glaube, in den 60er Jahren oder noch in den 50er Jahren, also in den 60er Jahren, glaube ich, war das schon. Damals hat das Bundesverfassungsgericht zur Meinungsfreiheit sehr viele grundlegende Urteile gefällt. Und diese grundlegenden Urteile wirken bis heute durch. Dieses Lüturteil ist insgesamt knapp tausendmal bis jetzt zitiert worden in verschiedensten Gerichtsurteilen. Und das sind nur die Gerichtsurteile, die ich bereits auf einer Jura-Plattform gefunden habe, also für Juristen, wo man nachgucken kann, wo das überall zitiert wurde. Selbst da ist es schon tausendmal irgendwo zitiert worden. Und der wichtigste Satz, der da drin ist, ist folgendes. Zitat. Verweis auf Bundesverfassungsgerichtsurteil Nummer 5. Ich lasse was aus. Ich lasse was aus. Aus dieser grundlegenden Bedeutung der Meinungsäußerung für den freiheitlich-demokratischen Staat ergibt sich, dass es vom Standpunkt dieses Verfassungssystems aus nicht folgerichtig wäre, die sachliche Reichweite gerade dieses Grundrechts jeder Relativierung durch einfaches Gesetz, Klammer auf, und damit zwangsläufig durch die Rechtsprechung der die Gesetze auslegenden Gerichte, Klammer zu, zu überlassen. Es gilt vielmehr im Prinzip auch hier, was oben allgemein über das Verhältnis der Grundrechte zur Privatrechtsordnung aufgeführt wurde. Die allgemeinen Gesetzen müssen in ihrer das Grundrecht beschränkenden Wirkung ihrerseits im Lichte der Bedeutung dieses Grundrechts gesehen werden. Gemeint ist die Meinungsfreiheit. Und so interpretiert werden, dass der besondere Wertgehalt dieses Rechts, der in der freiheitlichen Demokratie zu einer grundsätzlichen Vermutung für die Freiheit der Rede in allen Bereichen namentlich, aber im öffentlichen Leben führen muss, auf jeden Fall gewahrt bleibt. Zitat Ende. Hier steht bei mir auch ein SIC. Aber nur deswegen, weil das das noch mit SZ geschrieben wurde. Zitat Ende. Ja, das ist Anakonismus. Also deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Das heißt, der Gesetzgeber hat mit dem neuen Rundfunkstaatsvertrag ein Rechtssystem auf den Weg gebracht, was eindeutig verfassungswidrig ist und die Freiheit der Meinungsäußerung massiv beschränkt. Und diese Praxis, was jetzt die Landesmedienanstalten machen, ist eine massive Beschränkung der Meinungsfreiheit. Und es steht sogar drin in dem Lüturteil, dass genau das nicht stattfinden darf. Also es ist ein einfaches Gesetz. Aus dieser grundlegenden Bedeutung der Meinungsfreiheit für den freiheitlich demokratischen Staat ergibt sich, dass es vom Standpunkt dieses Verfassungssystems aus nicht folgerichtig wäre, die sachliche Reichweite gerade dieses Grundrechts jeder Relativierung durch einfaches Gesetz zu überlassen. Und genau das findet statt. Das ganze Ding ist verfassungswidrig. Das müsste eigentlich sofort gekippt werden. Aber das Problem ist, also wir sehen ja, also wir sind uns ja alle der Meinung inzwischen schon anhand von vielen kleinen Indizien, dass wir, wir haben bisher mal gesagt, auf dem Wege in ein totalitäres Staatssystem sind. Also das hier greift die Grundfesten der freiheitlich demokratischen Grundordnung an. Das sind die Grundfesten. Wenn du nicht mehr frei dein Wort äußern kannst, ist die Demokratie passiert. Wie willst du denn dann diskutieren? Geht ja gar nicht. Der eine sagt, der eine sagt meinetwegen, also stell dir vor, Klimaleugnung wäre jetzt strafbar. Ja? Ja. So, nehmen wir das mal. Und dann sagst du, ich leugne ja gar nicht das Klima. Dann sagt der andere, es ist mir vollkommen wurscht. Du sagst was anderes, als die Regierung sagt, deswegen bist du Leugner. Das ist ja die Form, in der das Ganze läuft. Das heißt also, du kritisierst jetzt. Jetzt sagt der eine, ja, aber es ist doch, der CO2-Ausstoß ist doch so hoch gewesen, dass wir zwischen 1850 und heute eine Steigerung von über 50 Prozent an CO2 hatten in der Atmosphäre. Dann sagst du, ja, das ist eine nette Aussage, aber ich habe da andere Daten. 1850 war das CO2 schon mal genauso hoch wie heute oder ähnlich hoch. Darüber müssen wir reden. Dann sagt der, ja, strafbare Aussage, sie haben gerade den Klimawandel geleugnet und deswegen sitzen sie jetzt erstmal sicherheitshalber ein halbes Jahr im Knast. Naja, Markus, ich meine, wir erleben es ja auch mit dem Paragrafen 130 Strafgesetzbuch. Also da wurde ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das wird dann darunter laufen. Das wird dann darunter noch. Ja, genau, genau. Und da ging es ja, da ging es ja, Entschuldige, da ging es ja, da ging es ja um, ich glaube, die Rechtfertigung, Verharmlosung eines aggressiven Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine und dieser Friedensaktivist hat gesagt, wir müssen versuchen, auch die Perspektive Russlands zu verstehen. Das war im Kern seine Aussage. Das reichte aus, um verknackt zu werden. Also liebe Hörer, macht euch das bewusst. Also was wir hier besprechen, das ist natürlich jetzt hier der konkrete Einzelfall, von dem Markus Fiedler betroffen ist. Aber wir sind, ja, du hast es eben schon gesagt, auf dem Weg in den Totalitarismus. Ich würde eher fragen, es ist eher die Frage, wie tief wir schon drinstecken. Also wir sind da nicht mehr auf dem Weg, sondern wir sind schon angekommen und es ist nur noch die Frage, auf welchem Niveau sich das zukünftig bewegen wird. Und wenn dieses Klimabeispiel, das du jetzt gerade genannt hast, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Das wird kommen. Natürlich, das wird kommen und es läuft darauf hinaus, dass unerwünschte Meinungen in Zukunft juristisch belangt werden. Und damit ist das Ende der Demokratie definitiv erreicht. Genau. Punkt. Und das ist ja nicht das erste Mal. Das heißt also, wir haben jetzt ja die sanfte Form dieser Zensur erstmal erlebt, indem man eine ausgelagerte Zensur betrieben hat, indem man private Medienanbieter, Medienverbreiter, so wie YouTube dazu gezwungen hat, unter Androhung drakonische Strafen, bestimmte Inhalte offline zu nehmen. Ja, das betraf dann in diesem Falle immer erstmal dieses Covid-19-Thema. Ja. Das wird jetzt aber ausgeweitet werden auf das Klima-Thema. Das heißt, dann nehmen die es offline. Und wenn du dann trotzdem noch publizierst auf deiner eigenen Homepage und die genügend Reichweite erzeugt, wie bei Apollute es der Fall ist, dann wird dann über Strafen das reguliert werden. Also früher, also das ist ja ein klarer Fall von Ketzer. Du bist dann der Ketzer, weil du was anderes sagst als die Mächtigen. Ja. Und früher sind die Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden und ich habe im Artikel geschrieben, heute verbrennt man das hart verdiente Geld auf dem Scheiterhaufen. Ja. Indem man halt solche 4000 Euro Verwaltungsgebühr aufruft. Und ich frage mich auch wirklich, 4000 Euro Verwaltungsgebühr für was? Ja. Also wenn ich einen Handwerker habe und der verlangt 4000 Euro dafür, dass er eine Heizung einbaut, die nicht existiert, dann wird er von mir überhaupt nichts kriegen. Dann muss ich sagen, Moment mal, die Leistung wurde nicht erbracht und das kann ich auch hier sagen. Leistung ist Arbeit pro Zeit und ich sehe hier keine Arbeit, aber viel Zeit. Das heißt, In dem Zusammenhang, genau, also nochmal ganz konkret, also wenn diese 4000 irgendeine Berechtigung haben sollten oder hätten haben sollen, dann wäre das nur möglich gewesen, wenn du konkret, nachweislich und eindeutig widerlegt worden wärst. Selbst das wäre noch, genau, also das ist jetzt, da kann man aber zumindest noch von einer erbrachten Leistung sprechen, im Sinne von, okay, gut, ihr habt jetzt Beweise angeschneppt, dass ich falsch gelegen habe oder so. Das ist trotzdem natürlich, ich weiß schon, was du sagen willst, das ist natürlich trotzdem konträr zur Meinungsäußerung, weil auch eine falsche Meinung, in Anführungsstrichen, ist als Meinung erstmal gedeckt. Nein, aber das ist, schau mal, es kann doch sein, also ich gehe doch nicht raus und feigst mir ein und sage, heute bringe ich euch mal eine Falschmeldung und freue mich darüber, dass alle der Falschmeldung aufsitzen. Ja. Das machst du ja nicht. Das heißt also, du wirst von dem Stand, den du gerade hattest, von dem Wissensstand aus, eine möglichst wahrhaftige Mitteilung an die Leser machen, zum Thema Covid-19 zum Beispiel. Ja. Das kann eine Woche später schon wieder ein bisschen anders aussehen. Ja. Und so war es ja auch. Also das sind ja wirklich zwei Artikel aus einer langen Artikelserie und es ist wirklich so, dass diese Artikel eben nicht so, sagen wir mal, gefärbt geschrieben sind, wie jetzt dieser Meinungsbeitrag zum Erhalt des Grundgesetzes, der es ja ist, den ich ja gerade zitiert habe, also Apollot und 1984 und die dann das Medienanstalt, sondern das waren ganz nüchtern geschriebene Artikel. Das ist ein ganz nüchterner Tonfall. Es geht und das Interessante ist, das was beanstandet wurde von der Landesmedienanstalt ist in einem anderen Artikel, ich habe ja 4000 Buchstaben, nicht mehr. In einem vorangegangenen Artikel habe ich das alles schon bearbeitet. Ich kann nicht alles nochmal wiederholen, dann sind die 4000 Buchstaben weg. Also ich kann das so kurz erwähnen und sagen, ich habe es schon mal geschrieben. Gucken Sie in den alten Artikeln nach. Welche Strafen sind eigentlich erlassen worden für die Behauptung, die Impfung sei nebenwirkungsfrei? Es gibt überhaupt keine Strafen, weil du hast hier ein Machtgefälle. Du kannst als Gesundheitsminister Lauterbach jeden Müll behaupten und du wirst nicht dafür belangt. Es ist lebensgefährlicher Müll, den er behauptet hat. Es sind Leute dafür über die Klinge gesprungen und dafür wird er nicht belangt werden. Was ich auch in der Diskussion unheimlich schade finde, das ist nochmal zu erwähnen. Es ist den meisten überhaupt nicht klar. Die sagen, ja, ja, das sind ja ein paar Nebenwirkungen, aber der Masse hat es doch geholfen. Das ist eine Rechnung, die in einer Demokratie nicht aufgemacht werden darf. Es ist das Paradoxon einer Demokratie. Du darfst nicht Menschenleben gegeneinander aufrechnen. Das hat Böhm und Nessler, der Verfassungsrechtler, hat das glaube ich schon im ersten halben Jahr der Pandemie gesagt, dass das nicht geht. Natürlich. Also die Aufrechnung wäre dann folgendermaßen. Okay, ich weiß, das war jetzt ja immer so die Sprechgeschichte von Herrn Lauterbach. Ach, ich weiß, also es gibt eine schwere Nebenwirkung auf 10.000 Patienten bei Verabreichung der Impfung. Ja. So, das kannst du ja hochrechnen, wenn du 85 Millionen Leute impfen willst, wie viele hundert oder wie viele tausend Leute das sind, die dann von Nebenwirkungen betroffen sind. Das geht überhaupt nicht. Und dann, ja, damit müssen wir halt leben. Nein, damit müssen wir nicht leben. Die Leute haben aus gutem Grunde, das ist ja aus schlechten Erfahrungen, aus einer vorangegangenen Diktatur hervorgegangen, die Leute haben ein Recht auf Unversehrtheit ihres Körpers. Ja, und es gibt dem gegenüber, was immer gesagt wird, es gibt kein Recht auf Gesundheit. Das Leben ist mit einem gewissen Risiko verbunden und das lässt sich nun mal nicht vollkommen sicher einschränken, dass man sagt, so, ich muss aber sicherstellen, dass mich keine Sau infizieren kann. Das geht nicht. Das ist ja immer diese auch diese, dann fangen die auch an mit Recht auf Unversehrtheit des Körpers. Das stimmt aber nicht. Also diese Argumentation zieht nicht, weil es kein Recht auf Gesundheit gibt. Ja. So, und aber dem gegenüber habe ich ja einen menschlichen Eingriff. Es ist ein Eingriff in mein Gesundheitssystem Körper. Und dieser Eingriff führt nach den geschönten Zahlen bei 1.000 zu 10.000 Leuten zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. Nach anderen Zahlen gehen die sogar runter bis auf 1 zu 30, 1 zu 40 oder wenigstens 1 zu 400. So, und das ist also ganz übel. Selbst nach offiziellen Zahlen sind wir bei den Jungen, die sich haben impfen lassen zwischen 16 und, weiß ich nicht, 20 oder was das war. Die lagen bei 1 zu 4.000. Nach den offiziellen Zahlen, stell dir vor, du bist Jugendlicher und jeder 4.000. männliche Jugendliche erleidet eine Herzschwäche dadurch, also eine Herzinsuffizienz. Du weißt, dass von diesen Herzinsuffizienzen ungefähr 50% der Leute innerhalb von 5 bis 10 Jahren sterben. Also das ist unglaublich, was da gemacht wurde. Aber klar, das ist, da wird es keine, wie soll man das nennen, es wird dann keine Bestrafung dafür für geben. Andersrum, du musst das im Kopf mal durchrechnen. Andersrum, wenn ich Patient bin, ich habe eine schwere Erkrankung und jetzt kommt der Doktor und sagt, ja, also Herr Wellbrock, ich muss Sie aufklären, also diese Operation, die ist nicht ungefährlich. Also es könnte die Wahrscheinlichkeit bestehen von 1 zu 10.000, dass Sie daran sterben werden. Dann sagst du, top! 1 zu 10.000, top, mein Lieber! So eine Quote bei einer Operation eines schwer Erkrankten ist ja eine Topquote. Aber das kannst du eben nicht machen mit kerngesunden Leuten und sagen, du wirst erst mal pauschal hier durchgeimpft und dann hast du halt bei den großen Impfquoten nämlich dann die Ausfallzahlen. Und die kommen jetzt ja sogar im Mainstream an, immer noch mit der Vorgabe, ja, es sind ja alles Einzelfälle, tausende von Einzelfällen. Ja, genau. Also da sind wir. Es gibt noch etwas weiteres und das fand ich auch sehr interessant. Die Landesmedienanstalt hat noch einen weiteren Grundsatz auf den Kopf gestellt. Es gibt ein allererstes Urteil, das allererste Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Deutschlandfernsehen GmbH. Du erinnerst dich vielleicht, da wollte die CDU-Regierung und Adenauer, die wollten da halt irgendwie so einen quasi Regierungsverfahren Regierungsfernsehen machen, was nach innen ausstrahlt, also ins Inland ausstrahlt. Und da war sofort das Bundesverfassungsgericht davor und sagte, stopp, das geht so nicht. Tenor war, dass bei einem Rundfunk immer die Gefahr besteht aufgrund der hohen technischen Hürden, dass das eine Monopolveranstaltung ist. Das heißt also, du hast nur eine kleine Menge an Rundfunkanstalten und die sind wahrscheinlich zum größten Teil staatlich organisiert. Und wenn da sowas auftritt, dann ist immer die Gefahr gegeben, dass die Meinungsvielfalt in Gefahr ist. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht befürchtete, dass das Instrument der Meinungsbildung, nämlich der Rundfunk, von einer einzelnen Gruppe beherrscht würde. Und das Bundesverfassungsgericht setzt dagegen die Meinungsvielfalt. Dirk Pohlmann spricht da von dem Marktplatz der Meinung. So, und das muss gegeben sein. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht der Regierung auferlegt, erstens, so geht es nicht durch mit eurer Rundfunkanstalt, die ihr da vorhabt. Zweitens, ihr kriegt auferlegt, ihr müsst ein Instrument zur Sicherstellung der Qualität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einführen. Und dieses Qualitätssicherungsinstrument sind diese Rundfunkräte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und was macht die Landesmedienanstalt? Sie reguliert nicht die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern sie reguliert die privaten Medien. Aber von den privaten Medien sagte damals schon das Bundesverfassungsgericht, ich zitiere, der Unterschied zwischen Presse und Rundfunk besteht aber darin, dass innerhalb des deutschen Pressewesens eine relativ große Zahl von selbstständigen und nach ihrer Tendenz politischen Färbung und weltanschaulichen Grundhaltung miteinander konkurrierenden Presseerzeugnissen existiert, während im Bereich des Rundfunks sowohl aus technischen Gründen als auch mit Rücksicht auf den außergewöhnlichen großen finanziellen Aufwand für die Veranstaltung von Rundfunkdarbietungen die Zahl der Träger solcher Veranstaltungen verhältnismäßig klein bleiben muss. Das heißt also, das ist eine vollkommene Umkehre dessen, was das Verfassungsgericht noch im letzten Jahrhundert gesagt hat dazu. Also es ist durch die Bank weg komplett verfassungswidrig, was da läuft. Es läuft aber, weil es eine Ignoranz gibt und da sind wir wieder eigentlich wieder bei Schule. Das ist immer dasselbe. Ich bin ja der Meinung, dass das, was wir heute erleben, ist ein Versäumnis des Schulsystems der letzten Jahrzehnte. Das, was wir sehen, sind Politiker, die nicht zu selbstständigen Denken befähigt werden, befähigt sind. Und diese Ausfallerscheinungen äußern sich dann wahrscheinlich auch in hoher Häufigkeit darin, dass diese Politiker sich von irgendwelchen Typen Gesetze schreiben lassen, was eigentlich ihre eigene Aufgabe wäre. Und dann hast du halt irgendwelche Lobbyverbände, die Gesetze einbringen. Und ja, die Ergebnisse sehen wir überall. Das ist also einerseits, auf der einen Seite, dass der Staat geplündert wird durch verschiedene Gruppen in verschiedener Form. Wir haben es ja immer wieder, dass also Banken besondere Begünstigungen bekommen im gesetzlichen Zahlungsverkehr und solche Sachen. Und auf der anderen Seite siehst du hier die Einschränkung der Rechte. Und ich vermute mal, dass diese ganze Geschichte mit den Landesmedienanstalten kommt aus dem Umfeld des Europaparlaments beziehungsweise aus dieser Europakommission, europäischen Kommission. Ja, ich kann dir tatsächlich nur zustimmend, nickend lauschen. Es ist, ja, ich bin, ich bin da sowieso sehr desillusioniert seit einiger Zeit schon. und dein Beispiel zeigt jetzt nur einmal mehr, dass wir uns tatsächlich von, ja, demokratischen, ja sogar von humanistischen Grundsätzen entfernt haben und die auch quasi bewusst aus der Gesellschaft entfernt werden sollen und mit Erfolg ja auch werden. Also, Diskurs ist ja nichts mehr, was, was in irgendeiner Form zulässig wäre und was als befruchtend und, ja, kreativ bewertet wird, sondern es gibt halt nur noch schwarz oder weiß und, ja, wer bestimmt, was schwarz oder weiß ist, das sind eben die, mit denen wir es hier zu tun haben und da ist die Politik tatsächlich nicht mehr als ein verlängerter Arm. Also, man muss es ja auch so sagen, ich meine speziell, wenn man sich, wenn man sich unsere grünen Cap Heiken anguckt, ob das jetzt eine Ricarda Lange, eine Baerbock, ein Habeck oder ein Hofreiter ist und wie sie alle heißen, die haben ja auch intellektuell nichts zu bieten, das muss man einfach so sehen und dementsprechend sind sie wahrscheinlich gar nicht, also schon, schon intellektuell nicht in der Lage, eine verantwortungsvolle Politik zu gestalten. Also, die sind wahrscheinlich tatsächlich darauf angewiesen, dass Unternehmen und Lobbygruppen und Thinktanks und Stiftungen und weiß der Henker, was nicht alles, dass die denen im Prinzip sagen, wo es lang geht und man sieht es ja jetzt an der Wirtschaftspolitik, ich meine, da muss man wirklich kein Ökonom sein und selbst als Kinderbuchautor könnte man vielleicht darauf kommen, dass das irgendwie alles nicht so ganz optimal ist, was man jetzt gerade macht, aber auch das wird nicht getan, stattdessen hat es ja dieses, ich glaube, Zeitinterview, ich habe es nicht gelesen, aber dieses Zeitinterview mit Habeck gegeben, in dem er ja auch ganz selbstverständlich gesagt hat, nee, ist alles gut, ich habe keine Fehler gemacht oder so, also gar nicht und auch das spricht natürlich von, ja eben auch von fehlendem Intellekt, von fehlender Reflektionsbereitschaft und eben auch von fehlendem inhaltlichen Wissen, also ich meine, wer sollte denn Wirtschaftsminister sein, das sollte schon jemand sein, der sich irgendwie sein Leben lang oder mindestens die Hälfte seines Lebens mit Wirtschaft beschäftigt hat und zwar möglichst professionell und dann wird es ein Kinderbuch auch tun. Norbert Blüben war der letzte, ja, Norbert Blüben war der letzte Minister, der sich in einem Fach auskannte, für das er eingestellt wurde, nämlich in diesem Falle das Rentenwesen. Naja gut, okay, Buschmann ist zumindest noch Jurist, glaube ich, aber das war es dann auch schon, also Lindner, Finanzminister, mein Gott, das kann nichts werden und das wird auch nichts werden und ich prophezeie uns auch, dass Deutschland international absolut nach unten durchgereicht wird. Wir sind ja jetzt schon das einzige Land, glaube ich, das kein Wachstum zu erwarten hat, zumindest von den reicheren Ländern. Russland und China oder Indien sogar haben uns überholt, aber es folgen ja keine Konsequenzen daraus, also es folgt auch kein Umdenken, es folgt kein selbstkritisches Hinterfragen, mein Gott, haben wir vielleicht hier und da irgendwie eine Abbiegung genommen, die wir nicht hätten nehmen sollen und finden wir den Weg über Brotgruben wieder zurück. All das wird nicht gemacht, es wird konsequent weitergemacht und gerade heute ist ein Gespräch publiziert worden, das ich mit André Hunkow von den Linken geführt habe, einer der letzten Vernünftigen bei der Linken und der sagte, er sieht auch nicht, dass da jetzt in der Politik irgendeine Form von Umsteuerung abzusehen ist. Also das wird genauso, weitergemacht, es wird genauso destruktiv weitergemacht und egal wie schlimm es kommt, sie werden es sich schönreden und werden es dann in irgendwelche Nudging-Formeln verpacken, wie das jetzt diese Ricarda Lang gemacht hat, die sich dann, ich habe es gar nicht verstanden, irgendwie als Wirtschaftsexpertin irgendwie generiert hat, der Grünen, die also wirklich ein Interview gegeben hat, das habe ich gelesen, dass also mehr Floskeln kann man im Prinzip in ein Interview überhaupt nicht reinbringen, ohne auch nur irgendetwas Substantielles zu sagen, das geht gar nicht. Hat sie bestimmt schön auswendig gelernt. Ja, ja, natürlich, klar, klar. Also ich gebe zu, ich habe die Verfassungsgerichturteile abgelesen, also zumindest die Zitate. Es ist doch schön, wenn man lesen kann, das ist doch super. Ja, genau, das ist schon mal ein Vorteil. Man muss auch wissen, wo es steht und man muss auch eine Ahnung davon haben, was da steht. Also es reicht nicht nur zu wissen, wo man nachlesen muss, sondern man muss vorher wissen, was man da in etwa finden kann. Ja, und dann das gelesen auch noch verstehen. Ich meine, das sind natürlich auch wirklich hohe Ansprüche, das ist ja richtig. Ja, aber das ist genau das, also du hast ja das beschrieben, was ich auch sagte, es ist das Ergebnis verfehlter Schulpolitik der letzten Jahrzehnte, was wir hier jetzt gerade in der Politik sehen. Ja, ja, und das wird weitergehen, das wird weitergehen. Ja, also ich sage jedes Mal, ich wünsche mir einen Deutschland zurück unter Helmut Schmidt oder unter dem Willi Brandt. Ich würde auch zur Not, zur allergrößten Not, ich war damals großer Kritiker, aber ich würde jetzt zur Not auch noch den anderen Helmut nehmen, den Helmut Kohl. Ja, ich auch. Ja, genau, also das, was wir heute haben, wäre unter Helmut Kohl niemals möglich gewesen. Ich glaube nicht mal unter Laschet. Also darüber habe ich mit Roberto schon häufiger mal gesprochen. Das ist natürlich sehr spekulativ und hypothetisch, aber ich glaube, hätte Laschet das Rennen gemacht, aber der ist ja dann rausgelacht worden sozusagen. Ich glaube, dass wir nicht in einer solchen Situation wie jetzt wären, aber hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Also geh doch mal davon aus, wir machen es anders, also Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, da ist also der Herr Gentscher, unser Außenminister. Ja. Der Tritt zusammen mit Helmut Kohl, mit der russischen Delegation in Verhandlungen und auch mit den westlichen Alliierten in Verhandlungen, dass jetzt Deutschland eine Wiedervereinigung plant. Und jetzt stell dir nur mal für einen kleinen Moment vor, der Gentscher hätte jetzt eine, also eine von einem Herrn Schwab empfohlene, vielversprechende Praktikantin namens Annalena Baerbock. Ja. Und er sagt, du Mensch, da kannst du ja mal, Annalena, das mal übernehmen, folgende Verhandlung. Ich vermute wahrscheinlich, dass die Verhandlungen abgebrochen worden wären, weil zuallererst wahrscheinlich Gentscher eines schnellen Herztodes gestorben wäre. Das ist, das glaube ich, nicht überlebt. Das ist das eine Szenario. Ich habe eher ein anderes im Kopf. Ich habe nämlich das im Kopf, dass Baerbock spontan gesagt hätte, verhandeln? Niemals. Und damit wäre der Fall erledigt gewesen. Also von daher, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also nur mal so als Vergleich. Also das, von welchen Leuten wurden wir damals vertreten? Welche Leute vertreten uns heute? Ich glaube, ein Lübcke war das. Was sagte er, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger. Das war das. Ja, das war Lübcke, glaube ich. So und, also ich dachte, schlimmer geht es schon nicht mehr. Aber ich werde täglich eines Besseren belehrt. Naja, ich meine, ich hätte auch nicht unbedingt für möglich gehalten, dass ich mal ein Franz Josef Strauchs mir zurückwünsche. Also, aber anyway, also es war, es war einfach ein anderer Typus Politiker. Ja, ich weiß ja nicht, ob das Wort Neger damals schon so schwer negativ konnotiert war. Negativ, ja. Negativ. Jetzt müsste ich, jetzt müsste ich dem dann noch irgendwie zugute halten, dass er es vielleicht gar nicht so böse gemeint hat. Also das, wie es rassistisch jetzt einen Anklang hat. Aber verstehst du also, Also selbst das ist noch zu toppen durch das, was wir heute als als Vertreter unseres Landes im Ausland haben. Es ist unheimlich schlimm. Genau. Und ich sage jetzt einen letzten Namen, bevor wir gleich uns verabschieden und der letzte Name, der möge bitte in den Köpfen der Zuhörer sich ausbreiten mit Kopfkino und allem drum und dran. Ich nenne den Namen Emilia Fester. Und damit Markus Ziegler. Oh, das ist gemein. Sag mal, hast du so eine kleine sadistische Ader oder sowas in der Richtung? Ich wusste davon nichts, aber wahrscheinlich ist es so. Ich wusste auch nicht, dass ich rechtslastig Antisemit und Demokratiefeind bin. Das musste ich alles lernen und ich muss meiner Frau... Das sind ja alles haltlose Anschuldungen, aber ich würde jetzt sagen, diese sadistische Ader, da hätte ich jetzt gerade einen Indiz dafür gehabt. Das wäre jetzt eben so gewesen, als ob du mir quasi die Hand auf den Tisch festgehalten hättest und da so voll den Nagel durchgetrieben hättest in die Tischplatte. Ich habe damals zu ihr ein Video gemacht. Ich musste da durch. Jetzt müssen alle anderen da auch durch. Vielleicht ist es auch ein Racheakt, den ich hier fahre. Ich weiß es nicht. Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank natürlich auch für... Ich meine, wir haben uns jetzt nochmal schön amüsiert zum Schluss. Das ist schön, aber ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, es geht hier um eigentlich alles. Es geht hier wirklich um alles und wenn die Meinungs- und Pressefreiheit weiter so eingeschränkt beziehungsweise man kann eigentlich sagen zerstört wird, wie wir es jetzt immer wieder an ganz vielen verschiedenen Beispielen deutlich machen können und erleben, dann ist es bald vorbei. Also, liebe Hörer, macht euch das bitte bewusst, auch wenn Markus und ich jetzt gerade ein bisschen scherzhaft rumgealbert haben. Ach, na komm. Also, ich meine, es geht immer weiter. Also, ich habe ja mal, ich habe gerade mal gesichtet, ganz alte Beiträge von mir. Ich habe ja mal solche Flüstervideos gemacht, so ganz kurze Dinger. Und da habe ich gesagt, es gibt ja diesen Spruch, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur wieder auf. Ja, ja. Ich habe gesagt, ich glaube das nicht. Ich vermute, dass die, die jetzt schlafen, selbst die Diktatur verschlafen werden, die schlafen da durch. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das gönne, ehrlich gesagt. Weil das wäre ja sehr bequem. Also, dann würde ich jetzt auch die Augen zumachen und warten, bis wir dann im Garten Eden mit Milch und Honig wieder aufwachen. Dann wird überhaupt keiner zur Verantwortung gezogen. Nee, nee, nee. Also, da gehe ich nicht mit, auf keinen Fall. Nein, nein. Ist zwar ein schöner Gedanke, aber, oder sagen wir mal, ein interessanter Gedanke, aber, nee, dann nehmen wir die alle raus aus der Verantwortung. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass die Geschichte es irgendwann mal richten wird. Auch die Corona-Verbrechen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Gut, lassen wir das. Markus, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Wir sehen und hören uns wieder auf jeden Fall. Irgendwie hatten wir auch noch mal den Transhumanismus als Idee, glaube ich, ne? Ja, es ist doch ganz schnell. Nee, nee, da fängst du jetzt aber nicht mit an. Nein, 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 das machen wir dann in Ruhe. Ich hatte sogar überlegt, Dirk Brunner noch mit einzuladen, aber es ist alles nicht so einfach, uns irgendwie alle unter einen Hut zu bringen. Bis dahin erstmal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020